Ich verstehe nicht, wieso du jetzt plötzlich für den Film wie der Vertreter in eigener Sache aussiehst und dich so ordentlich anziehst. Du spielst doch sonst auch immer den Fake, den lieben langen Tag und ironisierst dich selbst und vor allem das Geschehen um dich drumherum. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich Michaela Ott vorstellen darf hier. Die Antwort Michaela ist ganz einfach. Ich trage das Kostüm von Laurenz Maturana. Und Laurenz Maturana ist der Zwillingbruder von Peter Maturana, beide gespielt von Peter Lohmeier. Und Laurenz hat für sich die Rolle des autoritären, glaubwürdigen, vernünftigen und geordneten Menschen angenommen, während diese anderen Aspekte, die du angesprochen hast, alle bei Peter sind. Und während dieser MOOC Lecture tausche ich auch deswegen manchmal immer das Kostüm. Du hast ja gerade diese blaue raschelnde Jacke gesehen. Die ist nur für den Ton, das ist ein anderes Chapter, nicht so toll. Also, danke für diese Einführung. Ich freue mich, dass du zwischen zwei Seminaren Zeit gefunden hast, von der HBK, kurz vom Lehrgebäude sozusagen, vom Hauptgebäude ins Studiogebäude rüberzukommen. Und der Grund ist, ich wollte dich fragen zum Fachgebiet Affizierung. Du hast ja ein dickes Buch darüber geschrieben. Und Affizierung gehört ja zu den Kategorien von, wenn ich das so verstehen darf, von Wirkungen, die in Konkurrenz stehen zu dem, was uns immer erzählt wird. Filme haben nur zu tun mit Konflikt und Drama und Figurenkonstellationen. Und dann wird noch ein bisschen Welt drumherum abgebildet und das war es. Aber es sind ja auch ganz andere Beziehungen unterwegs. Wie würdest du da Affizierung kurz charakterisieren? Also ich würde sagen, die Affizierung im Hinblick auf den Film ist zum Beispiel ein Gegenmodus zu allen Kausalkonstruktionen. Es ist eine Form des multiplen Ansteckens. Das ist interessant. Die Affizierung ist ein Gegenmodus zu allen Formen der Kausalkonstruktion? Ja, die Affizierung will gerade nicht einer linearen Logik folgen von Ursache und Wirkung, sondern geht davon aus, dass sich Dinge unbewusst, manchmal auch unmerklich, wechselseitig anstecken, wechselseitig hervorbringen. So wie du Maturana bist, aber eigentlich nicht Maturana warst, aber auch noch ein doppelter Maturana bist, der sich selber schon verdoppelt hat. So wie sich die Art, die Angels in Chains ihrerseits ein Bild verschaffen auf der Folie von historischen Figuren, die mittlerweile alt sind und sich selbst verdoppeln in junge und ältere Protagonisten und Reenactors, eben diese historischen Figuren. Du meinst jetzt die Jungen, die Alten und die Fernsehfiguren in diesen drei Blasen, in der Installation von Susanne Weyrich, Angels in Chains. Genau. Und dass dieses Prinzip, so wie ich deinen Film verstanden habe, sich dann fortsetzt in weiteren Verdopplungen, die immer auf nicht wirkliche Vorbilder zurückgreifen, beziehungsweise mögliche Vorbilder, die aber nicht zu haben sind und die man als Simulakrum dahinter vermuten kann. Dazu habe ich eine Frage. Ist Affizierung immer an diese Idee von Vorbildern gebunden? Also wovon geht sie aus? Weil ich würde nämlich sagen, die Affizierung in dem Film, also das, was die Nikita Neufeld Kunstwirkung nennt, das ist einfach eine Übertragung von Eigenschaften. Und zwar nicht nur auf Objekte, auch auf Vorgänge, auf die Erzählweise, auf die Art und Weise, wie die Welt gezeigt wird, auf das Licht, auf Farben. Also es gibt kein Urbild so. Es gibt einzelne Elemente, die sich nach eigener Logik auf den Weg machen und was anderes affizieren, also sich übertragen. Kann man sagen, sich übertragen oder ist das falsch bei Affizierung? Ja, ich würde auch sagen, Affizierung tritt genau dann ein oder wird genau dann bemerkt, wenn eigentlich das Vorbild verloren gegangen ist, wenn man kein Urbild rekonstruieren kann, gleichwohl vielleicht ein Urbild sucht oder einen möglichen Anfang trotzdem voraussetzt, aber notgedrungen die Lücke natürlich versucht zu besetzen, beziehungsweise aus der Lücke ein Diffundierungsprinzip zu machen, was sich dann verbreitet, fortsetzt, verschiebt, andere Besetzungen hervorbringt. Eine Frage, warum wäre ein Urbild wünschenswert? Naja, herkömmlicherweise hat man sich in der... Ja, aber ich habe damit gar nichts zu tun. Ich will gar keine Urbilder. Ist das ein Mangel? Hat man im Film immer gewünscht, die Realität abzubilden. Das ist interessant, dass du das sagst. Das heißt, über Affizierung, also über andere Dinge, jenseits von Konflikt oder solcher Kausallogik, denkt man nach, wenn man, so wie Heinz von Förster sagt, von Abbildung die Nase voll hat. Wenn man einfach gar nicht mehr glaubt, dass es eine Realität gibt und die würde ich jetzt abbilden, ein bisschen zusammenschrauben und schustern und schneiden und dann hätte ich einen schönen Film. Sondern wenn man im Gegenteil sagt, Film besteht aus Bildern, die alle verschiedene Möglichkeiten haben, die man hervorbringen kann, abhängig davon, wie man sie verbindet und zueinander in Beziehung setzt. Das ist ja eine wunderbare, eigentlich sehr freie Angelegenheit. Ich würde auch sagen, dass die Affizierung genau in dem Moment bemerkt wird, wenn man weiß, dass man die Realität eben gar nicht abbilden kann, weil sie viel zu vielschichtig möglicherweise ist oder gar nicht erkennbar oder je nachdem. Auch gar nicht alles Bild ist. Auch gar nicht alles Bild ist. Deswegen fangen wir an, davon zu reden, dass es Affekte gibt, dass Artikulationen sind. Die können ganz unterschiedlicher Art sein. Die können natürlich bildlich sein, aber die können natürlich auch anders sein. Und dass man sich in diesem Netz, dieser wechselseitigen Affizierungen befindet. Genau, weil Affizierungen gibt es zum Beispiel in dem Film auch im Bereich des Tons. Dass eine Tonspur, die in einer Medienkunstinstallation verwendet wird, sich überträgt in das Sounddesign vom Film und in die Filmmusik. Also das können die verschiedensten Argumente sein, aber wichtig ist ja und eigentlich auch ganz interessant, dass du sagst, wenn man gar nicht mehr an diese eine Realität glaubt, und das ist doch eigentlich heute eine ganz zeitgenössische Erfahrung, gerade bei jüngeren Leuten, dass sie wissen, dass sie es mit Schichten von medialer Produktion zu tun haben und dass sie auch versuchen, die zu beeinflussen. Das ist ja genau das, was die Affizierung versucht zu erfassen als Begriff. Wie kann man ihnen dabei helfen, oder wie kann die begriffliche Erfassung, das Begriff der Affizierung helfen bei uns hier, weil wir haben ja einen praktischen Kurs. Also wir fragen uns, wie kann Affizierung, also das Unterscheidungsvermögen, was in deinem Fall philosophisch oder kunstwissenschaftlich entstanden ist, wie kann man das übersetzen für Leute, die an ihrem Film sitzen und sagen, ich möchte mal was anderes machen, außer Figur A geht nach Figur B, Figur B will das, Figur C sieht darin einen Konflikt. Ja, dann könnte die Figur sie fragen, von welchen Elementen, von welchen sinnlichen Vorgängen sie gleichermaßen erfasst wird, ergriffen wird, wo sie gleichzeitig ist mit ihren verschiedenen Vermögen, was sie wahrnimmt, was sie denkt, was sie sieht, was sie hört, was sie fühlt, mit welchen medialen Mitteln sie gleichzeitig oder nacheinander kommuniziert und wie sie sich selbst sozusagen in der Welt verstreut. Was Film wunderbar darstellen kann, weil erstens kann man ja zeigen, wie sich eine Figur, wenn man Sprache, Gesicht, Bild trennt, so wie wir das machen, wenn man die Erzählerfunktion aufspaltet und sagt, hier ist Darstellung, da ist Idee, da ist Erinnerung, da ist Wort, dann ist das ja ein Verstreuen eigentlich in der Welt oder genauer gesagt in den filmischen Raum, den man schafft. Aber was du gerade gesagt hast, was mich besonders daran interessiert, ist, du hast gesagt, Affizierung oder darüber nachzudenken, das beginnt eigentlich erst, wenn man mehr will als diese normale Konfliktlogik. Uns wird ja immer gesagt, wir sollen nur im Extremfall, im ernsten Konflikt zeigt sich der wahre Charakter der Dinge, eigentlich Quatsch. Im Extremfall können wir all die anderen Vermögen gar nicht mehr sehen und daran sollen wir gewöhnt werden, könnte man auch sagen. Ich würde sagen, das ist Komplexitätsreduktion, was du gerade geschildert hast. Die wahre Komplexität bedeutet ja, dass wir gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen Leben wahrnehmen und dass eine erweiterte Wahrnehmung natürlich heißt, dass sich die Welt verkompliziert, dass mehr Elemente... Sie könnte sogar fantastische Züge annehmen. Könnte sie auch, ja. Aber dass jedenfalls mehr Elemente in dein eigenes Leben hereinragend wahrgenommen werden und du selbst natürlich verspannt dich wahrnimmst mit unterschiedlichen Strömungen, Interessen und Vorgängen... Jetzt kommt eine wichtige Frage. Wenn das gelingen würde, können wir das alleine schaffen oder brauchen wir dazu eine kollektive Intelligenz? Also brauchen wir... Ich frage es mal anders. Offenbar flüchten ja die Leute oder in, wie du sagst, Komplexitätsreduktion, also in möglichst einfacher Muster. Dieses gleichzeitige Wahrnehmen von verschiedenen Dingen, das passiert natürlich aber unterbewusst und es wird aber nicht verbalisiert und es wird vielleicht auch... Es kommt bei der Konstruktion von Erzählungen und bei der Bewilligung von Erzählungen eigentlich relativ selten vor. Ich glaube, wir sind immer in einer kollektiven Intelligenz. Wir können gar nicht jenseits dessen existieren im Grunde. Aber warum ist denn dann diese vereinfachte Form so populär? Ja, weil sie tatsächlich hilft, vermeintlich hilft, Orientierung zu schaffen oder das psychische Geschehen zu orientieren, auszurichten. Das heißt, das psychische Geschehen der Einzelnen hat oft nicht klar genug Anteil an den wirklichen Vermögen der kollektiven Intelligenz, in der wir sowieso schon drin sind. Würde ich meinen, ja. Was blockiert denn die einzelnen Personen, sagen wir mal? Was blockiert die Personen, die nun mal jetzt mit ihrem biologischen Individualgehirn unterwegs sind? Was blockiert sie, an dieser größeren kollektiven Intelligenz teilzuhaben? Ja, die Tatsache, dass du dann auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig leben musst und versuchen musst, das noch zusammenzuführen. Also die Kohäsion dieser unterschiedlichen Lebensmöglichkeiten ist ja unter Umständen nicht so einfach. Interessanter Punkt. Welche Rolle spielt denn beim Zusammenführen von solchen disparaten Elementen die Erzählung und vor allen Dingen die Art der Erzählmodelle? Naja, ich würde sagen, Intelligenz ist umso größer, je mehr Erzählmodelle integriert werden können, beziehungsweise umso mehr man darüber weiß, dass die Erzählmodelle ihrerseits bedingt sind, wie der Philosoph sagt, kontingent sind. Aber das auszuhalten, dass die Erzählmodelle, die man sich selber zuschreibt oder Kraft welcher man sich in Umgebungen hineinversetzt, dass die bedingt sind, auch immer durch unsere Affizierungsfähigkeiten oder Wahrnehmungsfähigkeiten. Das gewähren zu lassen und als solches hinzunehmen, verlangt eine große Gelassenheit beziehungsweise Weitsicht derer nicht jeder Mann, jede Frau ohne weiteres zu jeder Zeit in der Lage ist. Dann jetzt meine letzte Frage. Wie kann ich mir selbst dabei helfen? Weil ich kann auch manchmal irgendwie komplex sein, aber ich weiß auch, dass ich manchmal sehr einfach sein muss. Und zwar unter anderem einfach aus Fragen der Energie. Wie kann man denn die Vereinfachungen, die anscheinend auch nötig sind zwischendurch, weil niemand kann die ganze Zeit auf dem Niveau sein. Wenn man das manchmal schafft, ist man schon happy. Dann kennt man das wenigstens als Gefühl oder als Anspruch. Wie kann man denn in diesem relativ ambitionierten Anspruch, den du eben auch ans Leben, aber auch an Filme ja gerade gerichtet formuliert hast, wie kann man denn in diesem Zusammenhang die nötigen Formen von Vereinfachung denken? Weil nur komplex ist ja auch nicht toll. Dann drehen ja alle durch. Ja, ja, ich glaube schon, dass es gelegentlich wichtig ist, von diesen komplexen Strukturen einiges bewusst auszugliedern, um vielleicht auch gewisse Züge der Komplexität hervorzuholen, zu verschärfen, tatsächlich stärker ins Bewusstsein zu rücken als andere. Nichtsdestotrotz ist genau das, die Arbeit, sozusagen die tägliche Arbeit, diese Auswahl zu treffen und sich immer wieder zu fragen, wie man sich austarieren möchte. Simon Don hat mal vom metastabilen Gleichgewicht gesprochen, in dem wir uns aufhalten müssen. Und diese Metastabilität hinzukriegen, ist die höhere Ethik unserer Zeitgenossenschaft. Es geht nur mit L-Strahlung und die muss man natürlich auch wahrnehmen können. Jetzt habe ich noch eine Frage. Diese Mischung aus Komplexität und Vereinfachheit und trotzdem das Anreichern einer Situation, die im ersten Moment konfliktreich tragisch war, das steckt ja auch in der Arbeit Angels in Chains drin. Im Grunde wird ja versucht, die Sache neu so zu inszenieren, dass dieser banale, man kann fast sagen, dieser brutale Mord, der da am Anfang stand, mit der ebenso brutalen und auch irgendwie simplen Reaktion, lebenslang Gefängnis, nie mehr Bewährung, dass diese Situation in einem komplexeren, größeren Zusammenhang vielleicht wieder ein bisschen Beweglichkeit oder Gerechtigkeit oder einen anderen Blick erfährt. Oder wie sind denn jetzt in diesem konkreten Kunstwerk, siehst du da das auch wieder in Formen der Vereinfachung und Formen der Komplizierung? Naja, wahrscheinlich müsste man sagen, die Tatsache, dass es allein schon aufgegriffen wird, ist ja eine Form der Komplizierung, auch dadurch, dass es reenactet wird und unterschiedlich reenactet wird in unterschiedlichen Lebensaltern. Andererseits ist die Form ja relativ einfach gewählt mit diesen wiederkehrenden Kugeln. Also dadurch wird vielleicht auch eine bestimmte Form der Verdichtung erreicht, die erstmal offensichtlich sehr unterschiedlich auf die Betrachter wirkt, die einen, die sich dann tatsächlich mit der Problematik offensichtlich tiefergehend befassen oder mit dem Kunstwerk verschmelzen, während andere an diesen, wie ich sie nenne, Medaillons vorbeigehen und Medaillons an einer anderen Stelle wiederfinden oder dann vielleicht erkennen, dass dieses Schneeballsystem System hat im Film und eine Form des inspirierenden Spiels darstellt. Und auch dann hätte man eine bestimmte Dimension des Affizierenden ja erfasst und kommt dann später im nächsten Film, wenn Art Girls ins Kino kommt, darauf zurück. Genau. Ja, vielen Dank, dass du kurz rübergekommen bist. Tschüss. 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 Tschüss.